ja hallo und willkommen hier zu einem neuen tipps und tricks video zu cityskylines 2 heute wollen wir mal ein bisschen auf die straßentypen und den straßenbau eingehen ich will euch ein paar tipps geben wie ihr schafft dass euer verkehr in eurer stadt immer vernünftig fließt abgesehen davon dass natürlich auch ein öPNV netz wichtig ist dazu kommen wir aber in einem extra video noch mal heute soll es mal rein um den straßenbau gehen als erstes gehen wir alle straßentypen durch und da fangen wir auch dann direkt mal mit den kleinen straßen an es gibt die einmal die zweispurigen straßen das sind einfach nur eine straße die wir aus jeder siedlung kennen in jede richtung jeweils eine spur es gibt eine asymmetrische straße die hat auf einer seite eine spur auf der anderen seite zwei spuren die nutze ich immer gerne wenn es auf kreuzungen zu geht einfach um dann noch mal eine abbiegespur bzw eine gerade ausspur extra zu haben und das ist dann doch durchaus mal sinnvoll wenn man da wenn man eine kleine straße hat mit viel sehr viel verkehr sollte man die einsetzen einfach so ein ich sage jetzt mal so 200 meter vorher 100 meter vorher auf zwei spuren gehen in richtung kreuzung so dass sich die fahrzeuge aufteilen können und dann hat man meistens eine geradeaus und eine links abbiegespur und eine rechts abbiegespur und das hilft dann doch schon allgemein entlastet den verkehr entlastet die straße und sorgt auf lange sicht für deutlich besseren verkehrsfluss dann gibt es das ganze noch mal als einbahnstraßen ja das erklärt sich glaube ich von selbst einbahnstraßen nur gefahrbar in eine richtung einmal mit einer spur einmal mit zwei spuren einmal sogar mit drei spuren hier seht ihr das alles einmal und genau wir haben dann außerdem auch noch mal einen kleinen schotterweg bei den kleinen straßen dabei ja das hat ganz nett kann man in etwas kleineren abschnitten sehen ich mache es zum beispiel wenn es zu der pumpstation geht oder nutze es dafür für bestimmte abschnitte die vielleicht mal ein bisschen kleiner sein sollen eine kleine wohnsiedlung mit ein bisschen grün rundherum da sind so eine kleine schotterwege durchaus gut einzusetzen haben natürlich den nachteil dass dort sehr wenig verkehr drüber gehen kann und der verkehrsfluss sollte man das viele einsetzen doch sehr gestört wird also für eine flüssigen stadtverkehr nicht empfehlbar dann gibt es noch kleine gassen ist so ähnlich wie der schotterweg auch relativ kleines verkehrsaufkommen hat den vorteil dass man hier sieht man es auch noch ein paar laternen natürlich gibt ja und es gibt die fußgängerstraße die fußgängerstraße wie der name schon sagt nur für fußgänger ja ist auch mal ganz nett zu sehen sorgt natürlich dafür dass wohngebiete nicht ganz zu laut sind und trotzdem erreichbar natürlich sind alle straßen haben auch noch im untergrund stromleitung und wasserleitung das aber auch ein thema von einem anderen tipps und tricks video nur jetzt der vollständigkeit halber noch mal erwähnt so kommen wir zu den mittelgroßen straßen sprich vier spurige und fünf spurige straßen vier und fünf spurige straßen sind schon etwas größere straßen sind kleinere hauptstraßen haben in jene fahrt richtung zwei spuren können dadurch natürlich mehr verkehr aufnehmen das gleiche gibt es auch noch mal mit trennwand die trennwand hat den hinter hat den vorteil dass eure autos hier keine komischen wendemanöver mitten auf der straße durchführen diese wende manöver sind doch mal ziemlich schädlich für den verkehrsfluss die trennwand verhindert das unfälle passieren natürlich trotzdem die können trotzdem passieren aber halt wie gesagt die wende manöver fallen weg dadurch nutze ich die sehr gerne gerade bei viel befahrenen straßen doch so eine schöne kleine hauptstraße macht dann doch sinn wie wir die einzelnen straßentypen am besten einsetzen da kommen wir dann im zweiten tipp zu genau ansonsten das gleiche auch noch mal wie bei den kleinen straßen als asymmetrische straße auch hier wieder nutze ich sehr gerne wenn es auf kreuzungen zugeht einfach um eine extra spur zu haben um den verkehrsfluss noch ein bisschen zu verbessern in kreuzungen um den abfluss an verkehr zu verbessern auch da wieder die asymmetrischen straßen sehr von vorteil und auch bei den großen straßen gibt es das ganze als einbahnstraßen und ja nut habe ich jetzt noch nicht so viel genutzt ist nicht so meint wüsste ich jetzt nicht wofür man das jetzt unbedingt braucht wo ich sagen würde da um den verkehrsfluss zu verbessern brauchen wir unbedingt eine einbahnstraße im hafen und bahnhofsbereich wahrscheinlich doch sehr von vorteil ansonsten aber jetzt nicht zwingend notwendig ja kommen wir dann gleich zu den großen straßen die sehr großen hauptstraßen besonders bei großen verbindungen sehr gerne genutzt die sechsspurige gibt es einmal wieder in normaler ausführung und einmal mit trennwand die trennwand geschichte ist wieder das gleiche wie bei der zweispurige bei der vierspurigen auch nutze ich sehr gerne um um komische wendemannöver auszuschließen die achtspurige straße das ist die achtspurige ja genau die achtspurige straße gibt es hierbei nur in der trennwand ausführung ja ist jetzt nicht weiter schlimm auch wieder sehr groß eine sehr große hauptstraße kann sehr viel verkehr aufnehmen genau die sechsspurige gibt es auch noch als asymmetrische variation hier wieder der vorteil wenn es auf die kreuzung zu geht man hat eine zusätzliche spur wird von mir sehr gerne genutzt ab und zu nutze ich sogar auch mal in die andere richtung wenn ich quasi vier spuren oder groß vier drei große andere straßen habt die auf die straße drauf führen einfach um noch mal eine zusätzliche spur zu haben auf die die autos fahren können da kann dann auch die asymmetrie in die andere richtung durchaus mal sinn ergeben auch die sechs und die sieben spurige straße gibt es einmal als einwandstraßen variation da muss ich aber sagen für bahnhöfe ist das dann schon wieder zu groß also ich wüsste jetzt nicht so eine große einwandstraße ja für den kreisverkehr vielleicht noch mal ganz interessant aber da nutze ich dann doch auch eher wenn ich eins selber baue die vier beziehungsweise die fünf spurige straße da finde ich sieben und sechs spuren dann schon wieder ein bisschen ein bisschen zu groß ja die letzten straßen im bunde sind die schnellstraßen die schnellstraßen wir haben einmal die straßen einmal eine zwei eine drei und eine vier spurige schnellstraße die in beide richtungen quasi befahrbar ist also sprich wir fahren mit der schnellstraße in jeder richtung haben da bei der vier spurigen jeweils zwei spuren bei der drei spurigen haben wir eine zwei in der andere eine spur und bei der zwei spurigen haben wir beide richtungen jeweils eine spur die schnellstraße nutze ich nicht so gerne da komme ich aber in einem späteren tipp noch mal drauf warum ich nutze immer sehr gerne die einspurigen also beziehungsweise die einrichtung schnellstraßen die es einmal von einer spur bis zu fünf spuren gibt ja da bin ich eigentlich eher so ein fan von der zweispurigen schnellstraße und bei auf und abfahrten baue ich dann gerne mal drei oder vier spuren auch dazu komme ich dann gleich noch in dem etwas späteren tipp ich will sie natürlich alle noch erwähnt haben dass es die gibt wie gesagt die in eine richtung die schnellstraße baue ich sehr gerne wenn ihr dann euren verkehr in beide richtungen fahren lassen wollt habt ihr hier den parallel modus wenn ihr den einschaltet und eine straße baut dann habt ihr direkt eure fahrtrichtung in beide richtungen ja finde ich sehr gut dieses tool das gab es ja im ersten teil auch schon als mod da allerdings die straße ja jeweils in eine richtung also die gleiche richtung gebaut hier wird das direkt in die andere richtung umgemützt ist natürlich ein cooles asset und ein cooles extra und genau das waren jetzt auch erstmal schon mal alle straßentypen und dann würde ich sagen kommen wir mal direkt zu den tipps wie ihr die jetzt am besten einsetzt und wie ihr in eurer stadt dafür sorgen so nachdem wir jetzt die ganzen straßentypen einmal durch geguckt haben wie setze ich jetzt die straßentypen korrekt ein wie sorge ich dafür dass auch wenn meine stadt dann wächst meine straßen die ich davor gebaut habe immer noch gut funktionieren ohne dass ich meine halbe stadt abreißen muss wie schaffe ich das wir haben ja die einzelnen straßentypen gemacht von der ganz großen achtspurigen hauptstraße bis zu den kleinen zweispurigen straßen ich setze das immer wie folgt ein für mich gibt es also eine kleine rangordnung die sechsspurigen und achtspurigen sind die extrem großen hauptstraßen diese verbinden vor bei mir weit entfernte bereiche sorgen dafür dass ein auto weite strecken zurücklegen kann haben bei mir wie ihr hier schon seht sehr sehr wenig kreuzungen also ich versuche wirklich auf diesen sechs bis acht spurigen straßen so wenig kreuzungen wie möglich zu machen alle drei vier 500 meter vielleicht mal eine und dann halt die einfahrten auf die etwas kleineren hauptstraßen sprich die vierspurigen hauptstraßen zu gewährleisten die vierspurigen hauptstraßen sind bei mir die hauptstraßen innerhalb der wohngebiete also sprich zwischen den einzelnen wohngebieten diese haben können dann schon ein paar mehr kreuzungen haben darauf dabei dabei sollte aber auch noch darauf geachtet werden nicht zu viele kreuzungen zu machen ich mache sie meistens immer so den abstand von zwei oder von doch von zwei kleineren straßen also wenn ihr jetzt hier eine kleine straße zieht dann habt ihr ja hier den bereich an dieser straße die gebaut werden soll zwei nebeneinander mache ich immer und dann kommt die nächste hauptstraße um dann wieder mit kreuzung so versuche ich das ein bisschen aufzubauen und dann habe ich jetzt hier die querstraßen und an die querstraßen setzt sich dann meistens immer die einfahrten zu den wohngebieten die einfahrten zu den wohngebieten mache ich dann immer mit den kleinen zweispurigen die kleinen zweispurigen sind die straßen innerhalb der wohngebiete bei denen könnt ihr so viele kreuzungen ransetzen so viele abzweigungen wie ihr wollt die verbinden quasi alle häuser miteinander sorgen dafür dass das auto wirklich an jede kleine und jedes kleine teil eurer stadt kommt ja da sollte man aber allerdings aufpassen die kleinen straßen vertragen natürlich nicht sehr viel verkehr wenn ihr jetzt hier eine riesige siedlung baut mit hochhäusern dann würde ich euch empfehlen nur die vier spurigen zu nutzen und die kleinen spurigen wegzulassen wenn ihr das allerdings hier so macht wie in meiner meiner teststadt meiner zeigestadt ein bisschen mittlere dichte kleinere dichte alles innerhalb eines wohngebietes dann passt das auf jeden fall den großen zubringer mit der sechsspurigen die kleineren zubringer oder etwas kleineren zubringer mit der vierspurigen und von der vierspurigen gehen dann die stadtstraßen oder beziehungsweise die wohngebietstraßen ab wenn ihr das so beachtet dann habt ihr auf jeden fall schon mal einen sehr sehr guten verkehrsfluss innerhalb eurer stadt achtet wirklich darauf nicht zu viele kreuzungen zu bauen das ist das a und o so nachdem wir jetzt die einzelnen straßen durch haben wie ich diese am besten einsetze kommen wir jetzt zu der ganz übergeordneten straße der schnellstraße wie setze ich schnellstraßen am besten ein schnellstraßen sind die ganz großen zubringer sprich eigentlich die autobahnen eurer stadt mit den schnellstraßen könnt ihr entweder komplett weit entfernte industrie anbinden oder auch was ich gerne mache die schnellstraße innerhalb einer stadt einsetzen um nochmal größere distanzen als die hauptstraße zu verbinden um einfach ein schnelleres vorankommen zu ermöglichen um auch die große hauptstraße noch mal ein kleines bisschen zu entlasten wie seht ihr hier ich habe einmal hier eine schnellstraße gebaut die kommt von der autobahn die in unsere stadt führt geht hier einmal ab und verbindet jetzt einmal hier die komplette stadt miteinander führt hier hinter und hier hinten würde ich jetzt quasi eine abfahrt bauen und so quasi dafür sorgen dass die bewohner einmal ohne großes ohne große umweg auf die schnellstraße fahren können deutlich schneller vorankommen das ist wichtig deswegen eine schnellstraße nutzen für so eine geschichten keine zweispurigen einbahnstraßen die sind vom verkehrsfluss her deutlich langsamer und dann einmal hier durch die ganze stadt um die schnellstraße zu bauen habt ihr einmal die möglichkeit den parallel das parallel tool zu bauen zu nutzen dabei würde ich auf jeden fall darauf achten dass ich wie gesagt wieder die zweispurige einbahn schnellstraße nutze nicht die kombinierte und warum nutze ich nicht die kombinierte bei der kombinierten habe ich nicht die möglichkeit eine schöne abfahrt zu bauen wenn ich jetzt hier zum beispiel eine die kombinierte vier spurige schnellstraße baue natürlich ohne das parallel den tool dann kann ich hier nicht mehr die spur anzahl in einer richtung ändern auch nicht mit dem ersetzen mod oder tool ich kann einfach nur noch die komplette straße ersetzen das wollen wir natürlich nicht weil wenn ich jetzt hier eine abfahrt bauen will baue zum beispiel von hier hinten ran nehme ich das so ziehe die hier ran und kann zwar habe ich dann immer noch die abfahrt habe aber das problem dass die autos hier keine auffädelungsspur haben wenn ich so eine auffädelungsspur bauen will nur habe ich eine schnellstraße jeweils in eine richtung baue hier meine abfahrt drauf baue auch in die andere richtung die auffahrt drauf ich mache das jetzt einfach mal schnell und kann dann für ein besseres auf und ab fädeln mit dem ersetzten tool davor eine dreispurige schnellstraße setzen und habe dann quasi wie man es im echten leben auch hat eine richtig schöne auf und abfahrt die die autos nutzen können die sich dann in ruhe hier auffädeln können und habe keine störung des verkehrsflusses innerhalb meiner auf und abfahrt und die autos ihr seht es hier schon nutzen die auch das funktioniert einwandfrei das habe ich bei der zwei richtung schnellstraße halt nicht und deswegen bin ich halt kein fan davon und baue wenn ich schnellstraßen baue wirklich nur die einwand schnellstraßen in jede richtung jeweils eine und ihr seht die schnellstraße wird auch direkt benutzt obwohl ja der weg eigentlich die hauptstraße auch abdecken würde die schnellstraße ist aber deutlich länger und so können die autos quasi von hier ganz hinten hier vorne auf die autobahn kommen ohne nochmal irgendwelche kreuzungen zu haben ohne irgendwo noch den verkehrsfluss zu stören ohne irgendwo noch in den stau zu geraten und genau das mache ich natürlich auch wenn ich die zweispurige schnellstraße jetzt hier auf die große oder auf die vorhandene straße führe dann macht ihr das einfach so dass ihr die vierspurige hier noch eine weile hin führt sodass ihr dann auch hier wieder eine schöne zusammenführung habt und ihr seht der verkehr der fließt hier einwandfrei ohne große störung in die andere richtung funktioniert das natürlich auch hier haben wir aber jetzt das problem dass alle in unsere stadt rein wollen und hier quasi unsere große hauptstraße die kreuzung hier ersetzen was oder zusetzen was können wir da jetzt machen da haben wir zwei möglichkeiten entweder wir schalten die erweiterten straßendienste frei und nehmen die ampel weg das wegnehmen der ampel würde ich aber bei großen hauptstraßen nicht empfehlen ampeln wegnehmen könnt ihr entweder in euren wohngebieten wenn ihr da nur zweispurige straßen habt eventuell geht es auch noch bei vier spurigen straßen also mit zwei spuren in jeder richtung auch da wird das ampeln wegnehmen schon eng weil ihr dann das problem habt dass alle spuren halt immer auf die kreuzung fahren und so sich dann gegenseitig verstopfen das ist halt nicht mehr so wie im ersten teil mein tipp ist es wenn ihr so eine groß befahrene straße habt macht einen kreisverkehr nutzt auch ruhig den großen kreisverkehr einfach um nochmal ein bisschen ein bisschen radius rein zu bekommen ihr habt natürlich auch die möglichkeit das ganze von hand zu bauen mit vier kurven a 90 grad ja ist natürlich jetzt schwierig in so einer vorhandenen stadt deswegen da nutze ich dann sehr gerne mal den kreisverkehr der quasi dafür sorgt dass eure kreuzung einfach zu einem kreisverkehr umgewandelt wird geht deutlich besser geht deutlich einfacher und ist auch deutlich platzsparender ähm die größe des kreisverkehrs die ihr hier seht hat nur mit dem radius zu tun ähm die spuranzahl bleibt gleich die spuranzahl könnt ihr nur beeinflussen wenn ihr die straßen die zu diesem kreisverkehr führen äh erhöht also quasi eine dreispurige straße geht auch mit drei spuren hier rein und mit drei spuren raus wenn ihr jetzt hier die zweispurige anschließt dann gehen hier zwei spuren raus und eine bleibt drin das muss man auf jeden fall immer so ein bisschen ähm Kopf halten also ich würde die kreisverkehre ähm ja so effektiv einsetzen oder immer da einsetzen wo ihr halt möglichst viele spuren habt weil da funktionieren sie meiner meinung nach am besten zwei kleine straßen zusammenführen und dann kreisverkehr einsetzen ja geht auch macht wahrscheinlich auch in der einen oder anderen situation Sinn aber ich nutze kreisverkehre meistens immer nur bei großen hauptstraßen in den kleinen gebieten greife ich dann doch eher dazu einfach die ampeln wegzulassen äh das funktioniert dann auch wenn ihr jetzt einen kreisverkehr gebaut habt wie schafft ihr es jetzt ohne direkt die zufahrtsstraßen nochmal abzureißen beziehungsweise neu zu bauen ohne hier ein komplettes chaos in eurer stadt zu hinterlassen die spuranzahl in eurem kreisverkehr zu erhöhen da gibt es eine ganz einfache möglichkeit und zwar geht ihr einfach auf den straßentyp den ihr habt hier bei mir zum beispiel die zweispurige hauptstraße und nehmt die asymmetrische straße ihr habt dann hier die möglichkeit mit dem ersetzten tool diese straße zu ersetzen das machen wir jetzt einfach mal auf beiden seiten und jetzt sehen wir dass wir hier die zufahrt auf drei spuren erweitert haben dadurch haben wir mehr spuren im kreisverkehr das ist natürlich unser ziel wir sehen aber auch dass wir hier drüben das ganze in die falsche richtung gemacht haben und um das jetzt zu ändern drückt ihr einfach auf der linken seite mit der linken maustaste auf die straße drauf auch wieder mit dem ersetzten tool und zieht dann nach rechts rüber und lasst die maus wieder los und habt ihr quasi die drei spuren auf die andere seite gesetzt sorgt jetzt dafür dass von der hauptstraße hier deutlich mehr verkehr abfließen kann durch das ganze auf den kreisverkehr besser verteilen kann ihr habt hier jetzt quasi von zwei auf drei spuren den kreisverkehr erweitert und so kann das ganze der ganze verkehr jetzt hier deutlich besser fließen und wenn wir auch mal auf unsere autobahn gucken sehen wir auch dass sich der stau schon so gut wie aufgelöst hat und jetzt in dem moment jetzt gerade kein stau mehr ist und also unsere kreisverkehre ihr ziel erreicht haben ihr soll erfüllen und genau das ist halt auch der punkt bei größeren straßen baut die kreisverkehre die sind das a und o sie sorgen für einen sehr sehr guten verkehrsfluss in kombination mit großen und mittleren hauptstraßen und der schnellstraße ist euer eingang in eure stadt eigentlich immer frei von stau und ihr habt was das angeht keine sorgen mehr ja das war es dann jetzt auch schon mit dem tutorial zum straßenbau wenn ihr die meiner anderen tutorial noch nicht gesehen habt ich verlinke sie euch jetzt hier unten rechts schaut doch auch da gerne einmal rein ansonsten sollten noch fragen sein schreibt sie mir gerne in die kommentare würde mich sehr freuen und genau wenn euch das video gefallen hat lasst doch gerne einen daumen nach oben da abonniert den kanal um auch die zukünftigen tipps und tricks videos nicht zu verpassen dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüüüß